Im Libanon ist der Strom ausgefallen. Wegen Treibstoffmangels in zwei wichtigen Kraftwerken ist im Libanon am Samstag landesweit die Stromversorgung zusammengebrochen. Die beiden Kraftwerke haben den Betrieb eingestellt, weil ihre Ölvorräte erschöpft sind. Die übrigen Kraftwerke im Land arbeiten wegen des Treibstoffmangels nur auf Sparflamme. Bereits Anfang des Monats war das Stromnetz zusammengebrochen. Damals dauerte es mehrere Tage, bis es wiederhergestellt war. Der Libanon wird derzeit von einer der schwersten Wirtschaftskrisen weltweit seit 1850 heimgesucht. Das Land kämpft unter anderem mit Benzin- und Medikamentenengpässen. Die internationale Gemeinschaft hat hunderte Millionen Euro Unterstützung zugesagt. Diese sind jedoch an die Bedingung geknüpft, dass der Libanon eine Regierung bekommt, die in der Lage ist, notwendige Reformen umzusetzen.